Das ist unsere Showbox. Mein Name ist Boris Schneider-Johne. In den späten 80er Jahren habe ich sehr viel gemacht in dem Bereich Spielezeitschriften bis rein Mitte der 90er Jahre. Und im Laufe dieser Arbeit habe ich angefangen, Aufträge zu bekommen, Marktforschung über Videospiele zu machen. Wie ticken deutsche Videospieler? Warum will das eigentlich jemand wissen? Bis dann klar war, Microsoft möchte selber in den Spielekonsolenmarkt einsteigen. Und als das sehr konkret wurde und klar war, es kommt eine Konsole auf den Markt, da habe ich dann natürlich gedacht, so schlimm war es in der Spielebranche doch nicht. Und bin dann innerhalb von Microsoft gewechselt, bei Xbox gelandet und habe dann etwas über zehn Jahre lang Xbox-Themen betreut. Die erste offizielle Vorstellung des Projekts Xbox war im März 2000 auf der Game Developers Conference. in Kalifornien, in den USA. Ladies and Gentlemen, please welcome Dara Gray Teinfeld. For your talent, for your creativity, for your imagination, Mr. Gates is here to see you. It is an honor to introduce Bill Gates. Zu dem Zeitpunkt gab es schon viele Gerüchte, Microsoft macht da was. Und allein die Tatsache, dass für einen Morgen eine Veranstaltung geplant war mit einem Gastredner namens Bill Gates, war klar, irgendwas macht Microsoft. Ich hatte ein Hotelzimmer tatsächlich gegenüber vom Veranstaltungsgelände. Und schon zwei Stunden vorher ging die Schlange der Leute, die diese Veranstaltung sehen wollten. Einfach wissen wollte, was hat Microsoft jetzt eigentlich vor? Mehrfach um den Block. Ich hatte glücklicherweise ein VIP-Ticket und konnte dann da rein. Und diese erste Ankündigung war tatsächlich eine Ankündigung. Well, good morning. It's very exciting to be here today and have the opportunity to announce a whole new platform. Well, the best way to understand this is to see it in action. We don't have the real thing here, but we have some early prototype work that can show you how amazing this is going to be. So I'd like to ask Seamus Blackley to come out and give us a look. We don't have the box, but we do have the leather jacket. So, well, we do have one box. This is our Showbox. Und was die hatten, war im Prinzip eine PC-Platine in einem sehr unförmigen Gehäuse, so ein riesiges Chrom-X. Und das Ding hatte den Namen Xbox aus DirectX. Das war unsere Technologie für Windows, um Spiele zu programmieren. Und Boxkiste. Und deswegen heißt die Xbox Xbox. Aber es war super spannend, eben weil es der Einstieg einer amerikanischen Firma in den Videospiele-Markt war. Und dann noch eine von der Größe von Microsoft. Das hatte schon entsprechend Gewicht. Natürlich hätte ich lieber diese silberne X gehabt. Das sah halt tausendmal geiler aus. Aber dass das schwer zu produzieren sein würde und dass es halt einfach nur ein Prototyp war. Ja, geschenkt. Alles gut. Es gab in der Pressearbeit eine lustige Geschichte. Gemeinsam mit Fabian Döhler, der damals als Zeitschriftenredakteur arbeitete. Und der schon deswegen Zugriff auf frühe Unterlagen hatte. Du produzierst eine sogenannte Nullnummer oder eben einen internen Prototyp. Das sind meistens 16 Seiten. Die nimmst du dann zehnmal, sind die gleichen Seiten. Dann hast du einen 160-Seiter. Das ist eine schöne Heftgröße. Machst irgendwie ein Cover außenrum. Und dann hast du schon so ein erstes, lang bevor das Heft zum ersten Mal rauskommt, hast du so ein erstes Heft. Und dieses eine Heft lag immer bei dem Geschäftsführer im Büro in der abgeschlossenen Schublade. Hier, das wird übrigens der Arbeit, das internationale Expertenteam von Future England arbeitet da schon dran. Durften wir uns das angucken. Und dann kam es zu einer sehr unglücklichen Verkettung verschiedener Umstände. Und zwar... Wir waren mal gemeinsam in so einer Privatfernsehsendung eingeladen, um über Xbox zu reden. Neben mir sitzt jetzt Fabian Döhler. Hallo. Er hat heute sein Leben riskiert, um uns etwas ganz Besonderes für unsere erste Sendung, für die Premiere mitzubringen. Fabian, was ist das? Ja, und zwar, wie wir vielleicht alle oder hoffentlich schon wissen, nächstes Jahr im Herbst plant Microsoft den Launch der Xbox. Und wir bei Future machen das Heft dazu, das Offizielle. Haben jetzt schon damit angefangen, haben eine erste Ausgabe gemacht. Vielleicht auch mal hier zum Rumzeigen. Ich kann es mal ganz kurz. Ich habe während der Sendung gar nicht mitgekriegt, dass irgendwas passiert ist. Aber dann, die nächsten Tage, wurde es allen Beteiligten etwas mulmig, weil Fabian ein Heft in die Kamera auch gehalten hatte. Und da war eine Abbildung der Xbox drin. Zu einem Zeitpunkt, wo das Design der Xbox noch nicht öffentlich bekannt gegeben war. In dem Heft waren verschiedenste Prototypen von der Xbox. Teilweise waren es Fotos von Prototypen, teilweise waren es Rendergrafiken. Und dann habe ich halt eins gezeigt. Ganz kurz. Und schnell wieder weg. Und da haben wir sie alle gesehen. Und was ich nicht wusste, es war das finale Design, was ich da gezeigt habe. Nicht wissentlich. Da habe ich das finale Design der Xbox enthüllt in der Sendung. Noch ein Gag gemacht. Naja, ich wurde nur angesprochen. Ist das wirklich passiert? Und so weiter. Aber ich glaube, der hat von seinem Arbeitgeber deutlich mehr Druck bekommen, als ich von meinem. Großes Geschrei. Und dann habe ich halt nochmal gesagt. Ja, Moment mal. Ich habe doch gefragt, ob ich dieses Heft haben kann. Was hast du denn gedacht, was ich damit mache? Es sah alles nicht so gut aus. Und natürlich ist es auch intern bei Microsoft hochgekocht. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es dann Boris, der mal in die Runde gefragt hat, wie es dann schon hieß. Ja, die schmeißen jetzt den Redakteur raus. Und dann hat halt Boris mal gesagt. Ja, aber sagt mal, es gibt ja eigentlich einen klaren Vertrag, dass dieses Heft nie aus dem Verlagshaus A geht. Und dass es B nur bei den Chefs ist. Also hat mal jemand gefragt, wieso dieser 0815 Spieletester-Redakteur, das meine ich jetzt gar nicht, wieso der eigentlich dieses Heft hat. Das ist doch nicht dem sein Fehler. Dann hat Future, ja, wir haben hier mit Microsoft gesprochen. Stimmt, du konntest ja gar nichts dafür. Und dann durfte ich bleiben. Das war so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also es ist eigentlich nicht viel passiert, ist es aber trotzdem immer noch eine lustige Geschichte. Ich meine, wer kann denn sagen, dass er mal das Design von einer Konsole enthüllt hat, noch bevor Bill Gates und The Rock. Die Xbox Classic, die erste, die wirklich maßgeblich sich eingeprägt hat, die rechte schwarze Xbox, diese ganze Design-Geschichte aus dem Schwarz und dem Grün und dem X. Xbox war da und es hat nicht lange gedauert, bis man das völlig akzeptiert hat als, ja, okay, das ist jetzt der neue Player im Konsolengame. Das war meine erste, ich nenn's jetzt mal wirklich Gaming-Konsole, auf was den PC sozusagen ad acta gelegt hat in dem Moment. Microsoft möchte jetzt im Konsolenmarkt einsteigen, es ist die Xbox und dafür kommt Halo. Und ich als damaliger PC-Spieler, meine erste Reaktion war natürlich, hm, das ist ja jetzt doof, hätte ich ja gern für meinen PC gehabt. Ich hatte damals schon das Gefühl, auch wenn ich noch relativ jung war, hey, je mehr Konsolen, desto besser grundsätzlich, weil das Videospiele an sich vorantreibt. Meine Reaktion darauf war eigentlich eine freudige, auch wenn gleich viele Stimmen kamen, so, ne, Microsoft, die kennen wir halt nur als PCler und es gab damals natürlich schon auch so ein Clash of Cultures zwischen PC-Gamern und Konsolengamern. Das heißt, im Endeffekt konnte man schon erwarten, dass da ein Plan dahinter steckt und dass es nicht einfach nur so ein bisschen heiße Luft ist und ein Flämmchen, was irgendwann verpuffen wird. Und da erinnere ich mich noch, es ist einfach so ein unfassbar lustiger Moment. Bill Gates, für mich immer wahrgenommen als der absolute Nerd und dann steht da plötzlich The Rock neben ihm und schreit ihn an. Today isn't about you, it's about the new Xbox. And quite frankly, I couldn't be more excited. Well, I would think that... It doesn't matter what you think, Bill. It is truly the future of Videogames and I'm very excited to simply be a part of it, if you smell what The Rock is cooking. Thank you. Thank you. Und die Xbox hat so die Tür eingetreten, die Salute so aufgeschmissen und ist so reingestümpert am Anfang und hat so gesagt, ich bin jetzt übrigens der Neue. Und hat so ein bisschen den Bulli raushängen lassen und einfach gesagt, hier sind super viele Spiele und das ist die Power und jetzt kaltet alle eure Maul und spielt mit mir. Und das war so, die Xbox war irgendwie so ein Prolet am Anfang. Okay, ja, ich hab verstanden, die Konsole ist jetzt da und ich brauch sie, ist in Ordnung. Die war schon nicht dezent. Xbox war nicht dezent. Von vorne weg toll war, ist, dass sie so auf die Zukunft ausgerichtet war. Du hast als erste Konsole eine Festplatte drin gehabt. Du hast als erste Konsole einen Ethernet-Port drin gehabt. Du hast echtes Dolby 5.1 drin gehabt. Die haben also, das war ja echtzeitberechneter Surround. Und die Leute haben gerade angefangen, sich Surround-Anlagen zu Hause hinzustellen, um DVDs mit tollem Surround-Sound zu hören. Und dann haben sie Halo eingelegt und dann plötzlich bang macht es hier und da schreit er und er stirbt hier hinten. Das war halt, das war ein unfassbarer Qualitätssprung, was dieses Surround-Erlebnis anbelangt hat. Das gab es vorher einfach nicht. Du hast gemerkt, dass was kommt, was technisch weiter ist als die Sachen, die gerade schon auf dem Markt sind. Die erste Xbox war ja schon sehr leistungsstark, muss man sagen, für die damalige Zeit. Ganz grundsätzliche Idee war, eine sehr zugängliche Konsole für Spieleentwickler zu machen. Nach dem Motto, wenn du den PC kennst, kannst du eine Xbox programmieren. Dann noch zu sagen, wir bauen eine Festplatte ein, war damals recht unerhört, weil in der Regel hatten Konsolen überhaupt keinen Festspeicher. Die Module, die Spielmodule brachten manchmal so Battery-Saves mit, dass man Spielstand speichern konnte. Aber es gab keine Möglichkeit, in der Konsole selbst etwas zu speichern, was nach dem Abschalten und wieder Einschalten wieder da gewesen wäre. Und das versprach Xbox. Und dann so zukunftsdenkend zu sein und zu sagen, wir bauen eine LAN-Buchse ein, also eine Ethernet-Buchse. Damit man später das alles vernetzen kann, sowohl lokal, das ging gleich beim Launch, wie online. So weit zu denken und zu sagen, wir können nicht am ersten Tag Online-Service einschalten, aber wir werden einen einschalten. Und wir bauen das da ein, was nicht unerhebliche Kosten gehabt hat. Also Festplatte und Ethernet-Port, das waren alles Sachen, die hätte man eigentlich in der klassischen Spielkonsole zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht. Aber das sind die Dinge, die dann dazu geführt haben, dass ich Xbox diesen Ruf erarbeiten konnte und bestimmte Sachen halt einfach viel besser konnte als andere Konsolen. Auch die Fachwelt ist überrascht. Ein Schocker nicht nur für die Fans, sondern auch für die Experten. Der Start von Xbox in Europa war extrem holprig und in Deutschland noch etwas holpriger als im Rest von Europa. Um die exklusive Konsole vorzustellen, hatte Microsoft auch eine exklusive Location gewählt. Das Drama fing an im Oktober, November 2001 auf einer Veranstaltung namens X01 in Cannes, Südfrankreich. Das war ein echt guter Deal, muss ich sagen, die haben das sehr gut gemacht. Die haben alle hingekarrt, so wie sie es sonst auch immer machen, und hatten dieses kunstvolle Haus gemietet. Das stand aus ganz vielen so Bubbles, so Blasen, und in jeder Blase war irgendwie ein Spiel mit den Entwicklern, wurde gezeigt, man konnte da wie in so einem Labyrinth durchgehen und hat ständig irgendwas Neues gesehen. Mit Games wie Dead or Alive 3 bietet die Xbox schon zur Markteinführung am 14. März eine bisher nicht erreichte Grafikqualität. In diesen Räumlichkeiten waren dann überall die Teststationen, das war echt reichlich und das war toll. Da hat Microsoft im Gegensatz oft zu anderen mit sehr offenen Karten gespielt. Also man konnte, glaube ich, wirklich das gesamte 20-titelige Start-Line-Up konnte man dort austesten. Die haben wirklich jeden Entwickler herangezogen. Da war Lorne Lenning und da waren die Oliver Twins von Blitz Games und alle möglichen und Peter Molyneux war da. Und haben sie daneben gesetzt und jeder durfte sein Spiel zeigen und so. Und also da wurde wirklich einfach alles gezeigt. Und ich kann mich erinnern, da war mein erstes Halo-Multiplayer-Erlebnis und das hat mich extrem geflasht. Das weiß ich noch ganz genau, weil es war zum ersten Mal so eine riesige LAN-Party. Ich kannte das mit Konsolen in diesem Sinne noch nicht so, kannte bisher nur Link-Kabel und alles, wo maximal zwei Leute sitzen. Und in dem Fall war das einfach Hammer. Du hast gesehen, okay, zwei größere Teams auf dieser geilen Riesen-Map. Das war die Valhalla, also Blood Gulch. Der Kampf um die Flagge zusammen mit natürlich den ganzen Journalisten, die keine Ahnung hatten, gegen die Entwickler, die absolute Pros waren in ihrem eigenen Spiel. Das war schon sehr, sehr unterhaltsam. Großartige Veranstaltung. Einziger Haken. Zu dem Zeitpunkt nannten wir das Datum und den Preis. 940 D-Mark wird die Box kosten, wenn sie am 14. März in Deutschland erscheint. Auch die Fachwelt ist überrascht. 479 Euro. Im Ernst? Ja, ne, gibt ja Gründe dafür, laber laber. Aber klar, es war für ihn sicher gar nicht mal so leicht irgendwie, diese Stellung da irgendwie innezuhalten zwischen der Company. Und natürlich berechtigte Kritik, die von unserer Seite kam. Das war deutlich teurer als der Preis in den USA. Das war deutlich teurer als jede andere Konsole im Markt. Und das war nicht gut. 479 Euro war schlicht und einfach auch zu teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat dann dazu geführt, dass am Launch-Tag schon der Preiskrieg losging. Sie hat am ersten Tag weniger gekostet, als sie eigentlich hätte kosten sollen. Also das war meiner Meinung nach richtig gut. Das einzige war, jeder hat sich kaputt gelacht über die gigantischen Controller. Damals gab es noch nicht die S-Controller. Das heißt, man hatte nur diese riesigen absurden UFOs. Mit diesem Glas, mit der Glaskuppel in der Mitte. As I said, the design here was driven by spending time with gamers. And actually putting the control in their hand. Eines der interessantesten Themen der ersten Xbox ist natürlich der Controller, interner Codename Duke. Von dem immer gesagt wird, er sei viel zu groß gewesen. Und der Controller, vor dem habe ich mich natürlich gefürchtet. Also muss ich wirklich sagen, und dann kommt halt dieses Teil. Und erstaunlicherweise war der gar nicht mal so schlecht. Dieses riesen, dieses riesen Moppet. Und ich habe jetzt nicht allzu große Finger. Und ich dachte nur so, was zur Hölle? Was ist das für ein riesen Ding? Tu mal so, als hättest du einen Controller in der Hand. Also spiel Luft-Controller. Und wenn man das macht, wenn man Luft-Controller spielt und dann den Duke-Controller in diese Hände reinschiebt, dann stimmt's. Der ist tatsächlich ergonomisch perfekt durchdesigned. Microsoft hatte Ergonomie-Labors. Wir hatten das inzwischen gut drauf, wie menschliche Hände funktionieren. Und hatten die dumme Idee, den perfekten Controller für erwachsene Hände zu bauen. Aber man hatte es trotzdem halt, man hatte ein gutes Pad in der Hand. Alle haben sich nur gedacht, ey, warum ist es so groß so? Warum kann man es nicht kleiner machen? Und mit dem S-Pad war es meiner Ansicht nach dann auch schon nahezu perfekt. Also ich habe da nichts Negatives dran gesehen. Und sie war auch relativ groß. Alles war ja davor eher so im japanischen Kontext immer und relativ eher klein gehalten. Und dann kommen plötzlich ja so die Amerikaner daher. Also das war dann schon etwas, wo man dachte, wow. Vor allem auch wenn man so drüber nachdenkt, da hat man noch nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht, wie es dann mal wäre, ohne Schnur zu spielen oder was auch immer. Und wenn ich mich noch recht entsinne, waren noch die Kabel auch noch so, dass du sie auch noch zwischendrin irgendwie noch so trennen konntest und so weiter und so fort. Ich hatte legit für den ersten Xbox-Controller hatte ich zu kleine Hände. Das ist wirklich, das war super lustig. Kann ich auch vor mich legen und kann so, kann so wie so auf Bongos darauf rumspielen. Ja, weiß ich noch, war geil. In the beginning, nature gave us a fantastic gift. Music. We played and played. Life was a melody. Then one day a voice told us, get a job. We became bad musicians. So bad. Humans. You have a natural gift for playing. Don't lose it. Work less. Play more. Also wenn ich mal so rückblicke, auch auf die Marketing-Kampagnen, die Xbox gefahren hat, die ja teilweise auch frech waren, also sehr westlich natürlich waren. Aber man muss natürlich überlegen, dass die Konkurrenz eben aus Japan kommt und deswegen eine ganz andere kulturelle Prägung hat, auch was die Werbespots angeht. Und das Marketing drumherum. Es gab eine britische Agentur, die die Werbung und das Marketing rundum gestaltet hat für Europa. Es gab einen sehr berühmten Werbespot, der sogar einen Preis gewonnen hat hier in Deutschland. Interner Codename Champagner. Das ist die berühmte Nummer, wo im Kreißsaal ein Baby quasi aus der Mutter rausfliegt, im Flug altert, zu einem Kreiswirt, gleich im Grab landet und dann mit dem Spruch Das Leben ist kurz, Spiel mehr. Play more. Play more war nur in Europa der Spruch für Xbox. Die Amerikaner haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, was soll das? Die Briten haben es vehement verteidigt. Wir in Europa haben uns auch die, also außerhalb von Großbritannien auch immer gefragt, was soll das alles? Und es gab sehr schräge Werbungen. Ich glaube, ich bin mit der größte K.O., den sie hier in Deutschland jemand eingestellt haben. Die Leute, die bei Xbox zum Start gearbeitet haben, haben alle irgendwie Videospiele sehr gerne gemocht. Frank Pingel, Pamela Lipa, Thomas Czaric, so als Kernteam. Aber natürlich, wir waren die Außenseiter. Also es war eine, die Firma hat Excel gemacht und Server. Und dann, ich erinnere mich noch, es gab mal ein Gespräch mit damals noch Mercedes-Benz, die dann irgendwie Halo gesehen haben und gesagt haben, mit einer Firma, die sowas auf den Markt bringt, wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und da gab es dann ernsthafte Diskussionen. Müssen wir in Deutschland Xbox irgendwie abspalten oder beeinflusst das das Geschäft? Also insofern schon Renegades, aber eher wegen des Produkts und weniger wegen der Arbeitsweise. Das war alles sehr strukturiert. Das kann man auch gar nicht anders erlauben. Also das Schlimmste war immer im November die Verteilung der Konsolen. Wir wussten so und so viele Konsolen kriegen wir und der Markt will aber so viele haben. Wer kriegt wie viele? Wen kann man wie sauer machen? Wie kann das alles funktionieren? Was tut man, wenn einer am 6. Dezember sagt, mir sind die Konsolen ausgegangen? Ich muss jetzt zusperren. Also Weihnachtsgeschäft findet bei mir nicht statt, rettet mich und so. Und das macht man nicht, wenn man nicht ganz klar regulär Business macht, wie wenn man Tütensuppen oder sonst was verkauft. Da ist dann die Konsole ein Handelsprodukt und da muss man professionell arbeiten. Klar, man kann auf einem Presse-Event auch mal Spaß haben. Am Ende des Tages muss man da auch sehr konzentriert und in einem kleinen kompakten Team sehr zielgerichtet arbeiten. Drei, zwei, eins und ab! Scheiße! Alles klar, Jungs! Xbox war aber auch Konsolengaming wird erwachsen. Das glaube ich ist das, was man auch damit verbinden kann. Dass es einfach nicht nur diese bunten Sprites sind, die da irgendwie bei dem Bildschirm irgendwie herkommen, sondern das hat tatsächlich schon, dass wir original wirklich so von Fotorealismus halt jenseits der zweidimensionalen Darstellung halt irgendwann haben. Xbox war tatsächlich so die erste Konsole, die dann gesagt hat, so jetzt mal jetzt Schluss mit lustig, jetzt geht's mal in die Richtung, jetzt machen wir das mal wirklich. Und das war glaube ich auch schon sehr faszinierend. Da konntest du hin oder her, ja, aber das ist der PC-Markt, warst du aber trotzdem so, ah, das ist schon ganz geil. Mehr Spiele, mehr Konsolen, her damit! Das war ein Classic-Game? Für mich war das einfach mehr Content, mehr Input, her damit! Das geht nicht, Alter, ohne Halo, ohne mich. Das war so ein richtiges, das muss sein. Das war auch was, was man nicht bei seinen Eltern groß, das konntest du nicht gut verargumentieren. Das war so, ja, aber warum? Das muss! Vater, versteh! Es muss sein! Das war ganz schwierig. Crimson Skies, Splinter Set und das Snowboard-Spiel und Dead or Alive 3. Also eine Sache, an die ich mich immer noch erinnere, und zwar sogar täglich, weil ich nämlich diese Packung in meinem Büro stehen habe auf dem Regal, ist Steel Battalion. Das ist eigentlich relativ cool, weil es super düster ist, dass es eine ganz fiese postapokalyptische Atmosphäre hat. Aber was halt richtig krass an dem Teil ist, dass es mit dem Controller kam. Und der ist ungelogen. Also die Kiste ist ungefähr so groß. Und das ist halt dieser Controller, wenn du den aufbaust, brauchst du auch einen Tisch, wo du bist. Also du musst dich an irgendwie den Tisch setzen. Aber dann halt diesen Mech irgendwie zu steuern mit dem riesen Ding, das ist halt richtig geil. Und das krasseste ist ja, dass du dann das Spiel hat Permadeath. Also wenn du drauf gehst, gehst du drauf. Außer, ja, hier schnell, wenn alles blinkt und scheppert, schnell hier über diesen roten Button die Haube hoch und den roten Button gerückt und hier den Ausstieg aus der Mech. Irre. Also total abgefahrenes Teil. Also es waren echt eine Menge Sachen. Fable war toll. Gerade das erste, die ersten Fables. Das war auch so ein Spiel, was ich eigentlich nur so aus beruflichen Zwecken mal so anspielen wollte. Und dann, zack, sind irgendwie fünf, sechs Stunden vergangen und du hängst da und du hast eigentlich ganz andere Dinge zu tun. Aber komm, das willst du nochmal weiterspielen. Das vermisse ich auch. Dann kam Project Gotham Racing. Finde ich heute immer noch einen furchtbaren Namen, weil auch der Projektname, aber so klingt er leider auch dann. Aber außen vor, der Rest von Project Gotham Racing, richtig, richtig klasse. Ich habe so einen Favoritentitel, den mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit niemand anders nennen wird. Ich persönlich war ein riesiger Freund von Rallye Sport Challenge und Rallye Sport Challenge 2. Das war für mich Rallye Sport Challenge. Und dieses Ding war so gut und so lustig und wir haben Wochen damit verbracht, Rallye Sport Challenge zu spielen. Und ich habe es auch noch. Also das ist auch sowas, ich habe meine originale Xbox schon lange nicht mehr angehabt. Aber ich bin in der Lage, wenn ich Bock habe, Rallye Sport Challenge zurück auf den Bildschirm zu bringen. Und es gibt diese mega schöne Geschichte, die vor ein paar Jahren mal viral ging, wo ein Junge erzählt hat, der immer mit seinem Papa Rallye Sport Challenge gespielt hat. Und dem sein Papa ist verstorben. Natürlich eher traurig als in jungen Jahren. Und der hat dann irgendwann die Xbox mal wieder rausgeholt, mit denen er immer mit seinem Papa gespielt hat. Und Rallye Sport Challenge hat deine Bestzeit als Ghostcar aufgenommen. Und dann ist ihm aufgefallen beim Spielen, da fährt ja sein Papa und er hat dann immer kurz vor dem Ziel gebremst, damit er das nicht unterbietet. Und quasi den, also das waren die digitale Erinnerungen an seinen verstorbenen Papa, Rallye Sport Challenge. Da habe ich mir gedacht, da war noch einer, der zu schätzen weiß, wie gut dieses Spiel eigentlich damals war. Aber du musst natürlich jetzt unheimlich weit ausholen, wenn du jetzt anfängst. Xbox-Spiele, die dich irgendwie nachhaltig beeindruckt haben, da können wir ja drei Stunden irgendwie reden. Aber Rallye Sport Challenge ist der eine Titel, den ich mit auf die einsame Insel nehme. Wenn Microsoft in der ganzen Geschichte von Xbox eines richtig gemacht hat, dann ist es Xbox Live. Und das kann man heute gar nicht mehr verstehen, weil man muss sich genau diese 20 Jahre zurückversetzen. War so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass Microsoft, weil die plötzlich einfach ein Gerät auf den Markt gebracht haben, was halt alles besser gemacht hat an Konsolenspielen. Ich würde so weit gehen, mich aus dem Fenster zu lehnen und sagen, Xbox 360 war die Konsole, an der ich am meisten Zeit in meinem Leben verbracht habe. Ich würde so weit gehen, mich gleich noch einmal von der Kommission Projekte zu für ihre Westerung. Und ich würde so weit gehen, mich jetzt dazu in der Zeit wiederholfen, Untertitelung des ZDF, 2020